Nicht lange schnacken, weitermachen. Craig braucht unsere Hilfe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von South Park, the Frechland Butthole. Mit mir, dem Basti. Guten Tag. So, und das Meerschweinchen wird höchstwahrscheinlich im Keller sein. Was ist das überhaupt für ein Mutantenvieh, wenn das... Äh, sag mal schnell hier, Hundefutter... Hundefutterfrisst. Snaps and Pop. Okay. Ich heiß nicht Butthole, ich bin Duschback. Pinery ist voller Knallfrösche. Oh, awesome. Knallfrösche freigeschaltet. Oh, sweet. Das könnte handvoll sein. Du bist willkommen. Krieg ich die da runter. Ich will die ab. Alter, ich werfe schon nicht das Meerschweinchen mit dem Zeug ab. Von Supercray. Alter, willst du das Ding umbringen, oder was? Oh, Gott. Deckung, Cover. Oh, shit. Ich kann nicht glauben, du hast das einfach getan. Du bist so gut an das. Wow, das sieht aus, wie es so viel Kugel braucht. Jo. Der Kugel ist super sensibel. Oh, okay, um ging es gut. Ich dachte schon. Ja, du hast eine brillante Resilie, aber es war nicht nur ich. Wir haben den Kugel und den Kugel, die zu denken. Du hast es, DuBi. Wenn du immer Hilfe brauchst, kannst du auf Supercray. Supercray. Ich habe mir den Kugel freigestellt. Das war ein geiler Typ. Fang Stripe. Hab ich. Stripe 4 sogar. Ich werde jetzt aber... Oh, verdammt. Was wollte ich machen? Neun Follower haben wir. Was wollte ich jetzt noch mal machen? Da, Charakterbögen. Genau. Supercray. Gibt es keinen Charakterbogen zu? Ach, nicht gefunden. Ah, okay. Heißt, er muss hier irgendwo rumfliegen. Warte, 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 warte. New Kid. Ey. Hey there, are you one of Craig's friends? You looking for Craig? Me? Let's just say I'm an art collector specializing in a delightfully modern and extremely confusing Asian art form known as Yaoi. Crazy, right? But this stuff is worth a fortune to the right buyer. If in your adventures you find any of these, bring them to me. I will reward you handsomely. Come back with any new pieces you find. Okay, cool. Findet 10 Yaoi in South Park. South Park. South Park, ey, alter. Ne, falsches Zimmer. Supercray. Da muss doch... Hier, da. Ah, da ist nichts drin. Okay. Schade. Oh. Schrott. Ja, das war dann wohl der Millennium Falcon, würde ich sagen. So, nächste Mission ist... Äh... Finde heraus, was Randy... Auto zerkratzt hat, ne? Boah, scheiße. Wo kann ich denn auf die aktiven... Aktuellen Missionen zugreifen? Ich muss nur den Infobereich ansehen. X. Hallo. Drücke X. Es passiert nix. Tja, das Problem ist, wie finde ich das heraus? Naja, egal. Es wird bestimmt jetzt was passieren, wenn mich hier aus dem Haus rausgeht. Es gibt keinen besseren Partner Stripes Träume, du hast mich durch ein Meerschweinchen ersetzt. Alter, der hat mich bei meinem Brust rum. Nicht schlecht, Neukid, nicht schlecht. Weg zu gehen und ein paar Follower auf Instagram. Ich denke, du bist bereit für das nächste Level. Geh' zurück zur Künn-Läher. Okay. Neukid, es sieht so, wie du hast den Öl unseres üblichem Universum erreicht. Über das sind die Grenzen der Zeit und der Raum. Lüge! Da geht's doch zur Schule. Hey! Na, alles gut? Oh, warte. Warte, 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 warte. Hey da, ich bin Tauly, dein Spielbücher. Siehst du das rote Kräger? Du kannst das nicht mit deinen Schnappenpuppen brechen. Du brauchst eine Explosion. Ich bin Tauly, dein Spielbücher. Jetzt brennt das Ding und wann geht's hoch? Oh ja, warte. Ha! Offensichtlich. Arachnix-Anzug-Rezept. Arachnix-Kopfbedeckung-Rezept. Ah, okay, ich benötige eine neue Fisch. Ah, ha! Jetzt geht's da oben auch auf. Schild, Drohnen verboten. So, zurück zu Cartmans Haus. Okay, ich bin Tauly, dein Spielbücher. New Kids, stop! Du siehst all die kleine Lägo-Brücks? Das ist Lava. Du versuchst Lava, du bist. Du siehst. Du siehst. Tauly, du siehst du siehst. Warte, das Studium macht Sinn. Wer würde Lava da legen? Ja, ha, ha! Geh das, Coon, Freund. Professor Chaos. Das ist richtig, Coon. Ich habe strategisch Lava throughout the town. Okay, also irgendwann werden wir bestimmt noch Lava kaputt machen können. Ja, ich habe schon krasser Spaß. Ich hoffe nur, dass wir die irgendwann mal kaputt kriegen können. So, Cartman ist ein Haus weiter. In Fort, der Gerechtigkeit entgegen. Jawohl. Watthouse. Falsches Haus. Ein Haus weiter noch. Da ist es. Was ist los mit dir, Alte? Ich will... Hallo, ich spiele gerade. Das ist das, was so ein Kind dieses Alters macht. Fuck. You. Oh. Fuck. You. Mom. Ah, there you are, butthole. Wunder. It's okay, you totally suck, but I can't help it feel sorry for you, because your dad fucked your mom when you're a job. Come this way. I'm gonna teach you about artifacts. You see, most superheroes augment their abilities with specialized equipment. You see this? It's a strength artifact. You'll find things like these all over town. The trick is to equip them into your artifacts slots. Go on. Give it a shot. Alter. Wir haben wirklich einen Fidget Spinner bekommen, oder wat? Oh, Gott. Every artifact has a specific place, where it can be slotted on your body. Equip this one to boost your strength stats. Alterfakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Okay, cool. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Might be a little uncomfortable at first. Your DNA is fusing with it. You'll find more Artefacts out there during your superhero adventures. You can even craft your own. Just remember, with great power, comes great chicks and money. I think you're ready to take on those 6th graders now. Go give them hell. But Lord. Alles klar. Jetzt gibt's auf'n Sack. Das Schnellreisesystem läuft. Kann ich da irgendwas für da lassen? Like oder so? Wie falsch ist das? Ich möchte mein Franchise, sein Franchise-Plan, egal, nicht im Gegensatz zu mir, der jemand anderem. Da ist er! Timmy! Oh hey, new kid. You found your first fast travel station. Look for more. Don't make your life way easier. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, aktiviere die Schnellreisestation auf dem... Ich rette die Pussy, man soll ihn jetzt retten. Komm ja gleich hin. So, also warte mal. Die brauchen jetzt quasi... Ich bin 15 stark. Achso, und die brauchen 15. Okay. Okay, alles klar, jetzt habe ich das auch herausge- äh, verstanden. Hier, Kitty, Kitty, Kitty. Just throw a rock at it. No, I get a throw a rock at it. Hello? Just throw a firecracker instead. No, those are expensive. Just throw a firecracker instead. No, those are expensive. Give me the rock. You pussy. Come on, light that shit. Ha! Kampfvorteil. Der große Kampf gegen die 6. Chester. Are we really going to take on the 6th graders? No mercy guys! Nice outfits, tools! Okay, let's see what you got, new kid. Casual Helden haben... Was? Kampfschwierigkeitsgrad. Casual Helden haben... ...einen Vorteil. Heroisch. Helden und Gegner sind gleich stark. Äh, superhirn. Gegner haben... Oh, heroisch. Im Pausenmenü kannst du den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe jederzeit... ...ändern. Oh, warte. Oh, warte. Geht auch nicht. Okay. Denk ich jetzt da hin und mach den weg. ...hier medicine, Forthy's. It's my turn now. Ha! 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 Took that like a champ, Forthy. Hiya. You guys are kinda scrappy. Ha! Have your boyfriend massage that for you. The wind brings it with justice. Humankind is here! Okay. Ja, Maul halten, Junge, ja. Craigs Blockkräfte erlauben es ihm Schaden umzulenken. Ah, okay. Okay. Sehr gut. Okay. Jetzt können wir es aber machen. Und zwar den dagegen kicken. Oh, scheiße. Jetzt stehe ich genau drin. Ich dachte, ich werde wieder zurückgeholt. Oh, fuck. I'm going through a lot of stuff right now. I'm going through a lot of stuff right now. I'm needing to punch you as one of them. Oh, shit. I'm moving in on a breeze of justice. Shit, ich kann nichts machen. Oh shit, ich glaube Craig dunked ab. Ich muss ihn interrumpten. Ich habe ihn interrumpten gekriegt. Oh shit. Der setzt aus. Doch nicht. Alter Fatscher. Der macht ein bisschen viel Schaden. Fuck. Holy shit. Streifgefälle, ja, ich weiß. Ja. Alles klar. Ulti ist bereit. Nein, ey. Ach, LB. Mieses Stück Scheiße. Boah. Boah. Das war gut für mich. Wie geht es euch? Boah, war dein Fickgesicht. Alter. Ich belebe erstmal einen wieder hier. Und zwar mich. Und jetzt gibt es auch den Sack. Mach dich schon mal bereit unterzugehen. Boah. Du bist eh so eine feige Sau. Boah. Oh, das sah Craig in Ruhe. so. Ja. Okay, I'm alright. so und jetzt stirbst du mein freund jetzt triffst du dich selber du Affe klopp let's get this over with zack boah Armageddon Blood Artefakt hör auf das war vielleicht ne Geburt ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal machts gut tschüss